Ja, huhu nach da draußen. Herzlich kommen wir wieder beim Koali zu einer neuen Runde Swarm Song. Haben wir nicht viel Zeit. Kurz vor dem Schlafen gehen und ein bisschen in die nächste Mission reinschnuppern. Fortfahren. Spielen mit M.M. Und wir müssen zu den Anarchen. Und sie überzeugen für uns das Kanonenfutter zu sein. Also für den Prinzen. Ich habe beim letzten Part gesagt, dass wir ihn töten müssen. Aber das müssen wir ja gar nicht. Das ist in der Mission von Galeb. Von daher. Bevor wir jetzt hier reingehen. Beim letzten Mal haben wir auch... Äh... Gabe es hier irgendwelche... Sachen, die ich umstellen sollte. Aber ich sehe es gerade nicht, was ich da umstellen sollte. Und nachher gehen wir einfach... Zurück und gucken uns hier das Intro an. Okay. Over here! Hey, Saul! Took you long enough. Thanks for getting back to me. I wasn't sure you'd kept the pager. You owe me one. So, is it true? Sie sind wirklich hier? Ja. Ich versuche Thane, wie du mir gesagt hast. Er ist wunderschön für dich. Was ist er in der Lage? Worried, wunderschön. Ich hoffe, dass du durch den Grinder gelegt hast. Wir sehen uns über das. Any advice? Spends auf was du mit ihm willst. Aber nicht vergessen, dass du hier nicht willkommen bist. Vielen Dank, Saul. Ich fühle mich jetzt viel besser. Ist jemand mit ihm? Ja, die Städteleiter. Er hat sie für sie, bevor du kamst. Warum macht er das? Warum denkst du? Er schützt sein Territory. Oh, Serrat. Dankeschön für das Koala-Grauen und Folgen. Schön, dass du da bist. Gehen wir. Auch ein interessantes Charakterkonzept hier, die Dame. Randall! Der hat nur einen leichten Silberblöck, die Dame, ne? Ist doch an sich eine typische Annarchien. Ja, ich finde es halt interessant, dass man hier ein Annarchien hat, auch eine Vampirin, die halt älter ist. Also von der Kleidung, klar, typische Annarchien. Irgendwie hier diese Totenkopf-Shirts, Rockhaar-Ausfit und so. Das ist relativ typisch, ja, sich auch so. Aber ich finde den, so, das Konzept halt alte, also alt aussehende Vampire irgendwie auch zu haben. Hatten wir ja schon, so generell die Vampir-Looks in dem Spiel finde ich sehr, sehr divers und ziemlich cool gemacht. Auch wenn ich den Look von ihr hier, also vom MM, aus der Startszene cooler finde als, äh, wie wir sie jetzt hier sehen. Aber das ist ja nur eine persönliche Satz-Sache. So, ähm. Ich will ihm nicht wehtun, er hat verkraft. Er beeindruckt mich nicht, ich sag einfach mal nichts. Soll told me about the S.I. I got the message. Iverson didn't need to send one of her lackeys after me. That's not why Hazel sent me. Then why are you here? To... Ask for your help. The S.I. in Boston. Nobody saw it coming. And it's a real threat. But Hazel has a plan to get us out of this mess. Us? Since when is there an us? The S.I. is as much a threat to you as it is to us. The enemy of my enemy. Can we cut to the chase? We managed to pick up their trail from International Place. We know where they're hiding. They've got a base here? Yeah, on Long Island. They're more prepared than we thought. What? Huh. Underestimating adversaries is your defining trait. Fast weniger zu Toritussi, meinst du? Ja, kann man jetzt so oder so sehen. Das ist halt eine Alltagsklamotte. Auch das ist wieder eine coole Sache. Man muss ja nicht immer total aufgebrezelt rumlaufen. Das ist im Gegenteil ja für ein Vampir, gerade für Toreador. Klar, die brezeln sich halt auch für die Festivitäten und für die tollen Empfänge und so. Aber wenn die ständig so rumlaufen würden, dann wäre das noch ein bisschen gegen die Maskerade. Hast Toris. Die meisten sind eher Assamiten, Settiten, K-Tiffs, wenn nicht sogar vom Sabbat. Boah. Nichts gegen Assamiten, Settiten, K-Tiffs oder sind Sabbat, ne? Wie geht immer das ein? Was spielst du denn gerne, Sarath? Was spielst du? Was spielst du? Was spielst du? Wie spielst du jemanden dort, um Ihren System zu verhausen. Ich, eigentlich. Und du, zu antwortest? Natürlich, ich war. Ich würde alles tun, um zu schauzen Boston zu haben. Dann bist du mal falsch, als ich denke. Ich verstehe, wie dein kleine Operation uns beschäftigt. Ich bedanke, eine Diversion. Ein Foto, ein Erachter. Sie wollen uns benutzen. Ich will deine Hilfe. Der Korte wird auch da sein. Schau mal an. Eine jointe attack. Heute. Just lange genug, um alles aufzunehmen. Nein. Es ist aus der Frage. Sir. Wir haben nicht die Kamm, um die König zu beurteilen. Wir lassen Iversen ihre eigene Hand. Wenn sie sich selbst auf die Pyre machen wollen, das ist ihre Problem. Saris, sagen wir alle zurück. Wir bringen in die Patrols. Okay. Forget, Hazel. Ich bin derjenige, der braucht deine Hilfe. Ich werde das nicht ohne dich. Du hast den falschen Weg. Es gibt nichts, was ich für dich tun kann. Ich habe dir bereits meine Antwort. Du bist frei. 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 Du machst eine große Fehler. Du bist frei. Du bist frei. Ich wurde mir nicht mehr verletzt. Ich bin der Fall überrascht. Saul, bitte. Du kannst nicht auf mich jetzt geben. Dammit, Louis. Das heißt, ja? Da könnte man einen Weg geben. Du musst du aufhören. Randall hat die Gangleaders hier für eine Reassurance geholfen. Aber sie könnte dir helfen, wenn du sie mit ihnen verletzt kannst. Du denkst, Dane wird seine Meinung verändern? Der ist in Bezug in Numbers. Sie sind sicher, das könnte funktionieren? Dane wird so schuldig sein. Das ist das Risiko. Geh es oder weg es. Es ist auf dich. Okay. Ich sage, für einen Moment, ich will versuchen. Wer sind sie? Saris und Rafa. Sie ist in der Domain-Militie. Er hat eine Gruppe von Hackern. Du findest sie in der Nähe. Erstmal Aus-Packs anschmeißen. So. In Dark Age spielst du Gangrel und Salubri. In Empire of the Masquerade, Maikaviana und Nosferatu. Nosferatu kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Sehr, sehr guter Clan. Maikaviana, keine Ahnung, warum die immer so beliebt sind. Das, was du gerade über Toris gesagt hast, ist schon irgendwie über Maikaviana. Ich hasse diesen Clan. Gangrel mag ich auch. Unser Lubui ist sehr, sehr spannend immer so zu spielen. Sie sind mehr willkommen als auf der Kirche. Los Faro. Sich. Holzart betrachten. What the fuck? Cuban Mahogany. We've got expensive taste. Hey. That's fancy. Hm. Die haben es hier ja einerseits ziemlich fancy, wenn wir das da sehen. Wie man da irgendwie mal sieht mit dem Tisch, aber... Es ist ein ziemlich basisches Setup. Und persönlich. Ja. Sonst hier eher so Armee-Zeugs. Man da dran in den Kasten? Nein. Am meisten Spaß macht der Gangrel. Inzwischen acht Jahre gespielt. 50 tierhafte Merkmale. Ach du Schande. Prinz traut sich nicht, mich anzusprechen. Das ist aber ein schlechter Prinz. Müsste genau andersrum sein. Plätze sind limitiert. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Abreise bei Sonnenuntergang. Bitte lagert eure Sachen auf den Regalen. Wer ein Bett für mehr als einen Tag braucht, sagt Ceres Bescheid. Erinnerung. Dies ist ein neutrales Territorium. Vorfall gleich Verbannung. Ja, so läuft das bei den Anarchen, ne? Ich meine, das war gut so. Also. Kann sich hier garantiert keinen leisten, der jetzt hier irgendwie stumpf macht. Ein bisschen laufen hier. Laufen, laufen, laufen. Fangen wir mal außen an. Ein Büro. Ein Büro. Schlüffeln wir hier direkt mal rum. Einfach mal das... So, was haben wir denn da? Eine Schlüsselkarte. Das ist immer gut. So, und ein Bericht über Verbündete und Unterschützer. Sehr, sehr, sehr cool. Ähm. Ne, ich habe vor seinen Augen seiner Zeugern Luft zerrissen und ihm auf dem Thron verholfen. Cool Aktion. Ist was, was man in diesem Spiel wahrscheinlich niemals machen könnte, weil wir haben es ja eben auch schon wieder gesehen, ne? Wir failen an einer Linie. In einer Linie. Lucio ist allglatt. Sein Ehrgeiz wird sich wahrscheinlich eines Tages gegen mich richten. Aber er ist uns gegenüber immer noch loyal. Ceres hat bereits mehrere Zusammenstöße mit seinen Leuten, die sich manchmal ein wenig zu sehr mit der Maskerade anlegen. Davon abgesehen ist Lucio sauber. Sein Klüngel sitzt in Roxbury. Rafa. Rafa müssen wir ja überzeugen. Rafa ist pragmatisch, okay? Deswegen bleibt er bei mir. Er mag mich nicht wirklich, aber er versteht meine Stärke. Auch wenn es nie aus einer Herzensgüte geschieht, haben uns seine Leute schon ab und zu geholfen. Ausrüstung, Verbindung, Sicherheit. Sein Klüngel treibt sich entlang der Flüsse in Boston herum. Ich weiß nicht, ob sie feste Verstecke in der Stadt haben. Saul. Saul ist zwar mobil und sehr unabhängig, aber sie war immer da, wenn ich sie gerufen habe. Sie ist ihrer Gruppe fest verbunden und sie wird ihre Leute zwangsläufig zu uns vorziehen. Ihre Crew besteht größtenteils aus Wilden. Sie streifen durch die ganze Bundesstaat und haben ein Versteck in Dorchester. Wemmon. Wemmon ist der älteste Anarchie. Er hat alles miterlebt. Die Kolonisierung Bostons, die King-Jahre, den Aufstieg Iversons. Er ist der Anführer einer Gruppe Beißer am südlichen Ende der Stadt. Sein Alter ist ein gewaltiger Vorteil. Seine Unterstützung wäre ein Vorteil für unsere Gruppe. Aber Wemmon ist ein stolzer Alternar. Er lehnt meine Autorität ab. Aber er greift nicht auf Gewalt zurück. Er ignoriert mich einfach. Neue Abgesandte sollten bald aufbrechen, um zu versuchen, unsere Beziehungen zu verbessern. In der Zwischenzeit ist alles in Ordnung. Just Anarch-Problems. Lauf ich auf Bloodlines 2. Der erste war super. Ja, ich fand auch Bloodlines 1 war richtig mega. Aber was ich bei Bloodlines 2 bemängle, zumindest bei dem, was ich weiß, es ist First Person. Und dann kann ich es mit Motion Sickness leider nicht spielen. Das ist ein ganz, ganz großes No-Go für mich. So, Tane, mein Erzeuger, mag den Lockruf gefolgt sein, aber nicht ich. Ich bin immer noch hier und ich behalte dich im Auge. Ich habe gesehen, was du getan hast. Wie schnell du die Gelegenheit ergriffen hast, seine Domäne zu erobern und deine Hunde dort anzusiedeln. Aber dieses Land gehört nicht dir. Du bist ein Dieb, Randall. Ein Parasit. Und früher oder später wirst du dafür bezahlen, was du meinem Fleisch und Blut angetan hast. Okay, das ist ein Feind, Job. Was haben wir hier? Nix, nix weiter. Oder? Seht ihr da wat? Ich seh da nix. Washington P. Tapperman. Moin, Kuali. Moin, Washington P. Tapperman. Geiler Name. Wo kommt er her? Was ist die Geschichte hinter diesem Namen? Ich will es gerne wissen. Sehr geehrter, Mr. Tane. Ich habe mich erneut an meinen Freund gewandt, der mit Antiquitätenhändlern zusammenarbeitet und die Antwort war negativ. Ceres hatte recht. Es ist viel zu gefährlich. Die Polizei behält öffentliche und private Sammlungen im gesamten Land im Auge. Und mögliche Käufer sind zu nervös, um ein Risiko einzugehen. Auch die, die es gewohnt sind mit heißer Ware zu handeln, schauen lieber in die andere Richtung. Ein Exemplar dieser Art, derart vollständig muss ein Vermögen wert sein. Es geht wahrscheinlich um den Tisch, hm? Es wäre am besten, ein paar Jahre zu warten und es still und heimlich zu verkaufen. Wenn nötig, auch Stück für Stück. Aber angesichts der Aufregung um Tanjas Beutezug werden wir wohl nie einen vertrauenswürdigen Käufer finden. Also einen, der uns nicht an die Bullen ausliefert. Wenn wir das alte Ding nicht gewinnbringend verschaffen können, können wir es ja ausstellen. Ich habe es aus der Nähe gesehen, ein wirklich prächtiger Dinosaurier. Ach das, okay. Wirklich beeindruckend. Wäre garantiert der Renner bei künftigen Gruppentreffen. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie noch Fragen haben. Okay. Eine feuchtfröhliche DSA-Runde. Das sind die Besten, genau, ja. Quatschen über Namensfindung. Metalhead ist auch da. Hallo Metalhead. Schön, dass du da bist. Zapp. Schlüssel zu den Tunneln. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir haben schon eine Keycard und Schlüssel zum Tunneln. Perfekt. Es läuft alles gut bisher. Ich mache mir Mut. War man in den Computer eigentlich dran? Nein, der Computer ist irgendwie nicht so. Wie geht es dir und Leopardin so? Uns geht es hervorragend. Heute war ein sehr schöner Tag. Wir genießen das, dass wir heute mal ein bisschen Freizeit für uns hatten. Also ich habe ja irgendwie heute Nachmittag irgendwie, glaube ich, habe ich ja gestreamt. Konnte ich auch nur, weil Leopardin hier war und währenddessen auf den Kleinen aufgepasst hat. Aber die, ja, das ist auch sehr genossen. Schön zusammen auf der Couch gepennt, während ich gestreamt habe. Alles gut. Und morgen hat sie auch frei. Das wird richtig angenehme Woche jetzt. Sicheres Gebiet. Ist schon mal gut hier. Das ist doch schön, ja. Finde ich auch. Heute Morgen waren wir auf so einer Familienveranstaltung draußen und da muss ich sagen, das war sehr weird, weil war mir voll die, also ich habe generell ein Problem mit vielen Menschen auf einmal, also mit Menschenmassen. Kann ich nicht so richtig ab, aber es war halt nie richtig hart, irgendwie so. Also ich konnte das immer ab, es war mich halt unwohl gefühlt, aber konnte das eigentlich meistens so verdrängen, so, damit ich irgendwie normal irgendwie agieren kann. Aber da waren jetzt nicht viele, viele Leute, also richtig, richtig viele Leute, aber es waren halt schon, ich meine, ich habe jetzt zwei Jahre wegen der ganzen Seuchenkram hier. Ähm, Plusknappen, Schlüssel verbinden. Okay, hier brauchen wir also einen Schlüssel, den wir nicht haben. Wegen der ganzen Seuchensache, er hat zwei Jahre ja lange jetzt halt auch fast nichts gemacht, irgendwie draußen so und diese ganz, das irgendwie hat es heute richtig reingekickt. Das war ganz gruselig, das war eine ganz komische Erfahrung. Und dann auch relativ schnell wieder gegangen. Aber, was unser Sohn halt irgendwie braucht, ist auf jeden Fall ein bisschen Kontakt zu anderen Kindern, bevor er in den Kindergarten kommt. Was einfach fehlt, auch als Chem ist die Möglichkeit, einmal... Die Möglichkeit, einmal richtig sein zu Diablerieren. Diablerieren ist nie eine gute Sache, weil es ist einfach strikt verboten und gefährlich. Also, es ist nicht umsonst verboten in der Camarilla. Also, man mag ja über die Camarilla sagen, was man will, aber die Gesetze, die hervorherrschen, haben schon ihren Sinn. Und was ist das ständige, irgendwie, ich will hier mächtiger werden, Diablerieren und so, das hat es bis jetzt noch... Also, in keiner Story, die ich gehört habe, ist jemals dieser Machtanspruch durch Diablerie irgendwann mal gut ausgegangen. ...müsste man sich mal überlegen, warum, hm? Sie schauen sich ein Standbild an. Also... ...müssen Sie halt... ...müssen Sie noch nicht? ...müssen Sie noch nicht? ...müssen Sie noch nicht? ...er weiß ich, was ich gebeurten. Wer sagt, du dir das? ...Dust fähig, die wissen? ... Ich weiß nicht, was du da bist, aber ich habe mein Augenblick auf dich. Wir wollen dich nicht hierher. Wir sollten hier nicht bleiben. Was ist das? Bad timing. Ich bin nicht in der Mood. Ist die Maschine aufstehend? Mein Computer ist gut. Es ist die Netzwerke, die auf den Fritz. Was ein Schüthole. Nosferatu. Da, 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 da. Ich frage mich, wo man den Schlüssel herbekommt. Okay. Ich weiß nicht, ähm, ich bin hier nur so. Anscheinend schon, ja. Also irgendwie können mich hier, warum auch immer, keine leiden. Die Nerds folgen Randolph's Groove. Sie werden heute Abend hier sein. Ich brauche zwei Freilichwillige, die die Docks sauber machen, bevor sie ankommen. Okay. Ich bin hier in den Film Million Dollar Baby. Wo man sich immer bei Boxen dran denkt. Guter Film. Ich war vorhin in Hangar 19. Was für ein verdammtes Chaos. Es ist dort wirklich widerlich. Überall sind Obdachlose und es stinkt nach Erbrochenem. Ich war schon dagegen, dass Jardley den Schleuser spielt. Aber das ist zu viel. Wir sind Jäger, keine verdammten Arsfresser. Unternimm was, Effi. Genau, warum mögen die ja Nachrichten, die kämmlich Unverschämtheit. Ja. Völlig unverständlich. Ach, ich laufe hier nur so rum. Klau euch Zeug und so. So ein Schlüssel geklaut. Es ist unacceptabel. Du denkst wirklich, dass jetzt die Zeit für das ist? Sie sind nur hier für ein paar Stunden, verdammt. Relax. Nein. Egal, du sagst Saul, sie Hörerchen zu kenne, oder ich werde es tun. Oh, jetzt bist du derjenige, die mir Anrufe geben. Ich verbiere dich, dass du irgendwo neben ihr gehst. Ich mache mir selbst klar? Das ist eine Anrufe. Dumpf, B***. Dir kann ich nicht reden? Kann ich mit mir reden? Entschuldigung. Ich habe den Transformator repariert, aber Cerys ist unverfrieden. Sie möchte nicht, dass ich weiter an dem Ding herumbastle. Also hör auf, es ständig kaputt zu machen. Ich glaube, in so einem Anarchen-Hideout hat man durchaus Spaß, wenn man so bestimmte Sachen, also so Infrastruktur irgendwie aufbaut. Und dann verstecken sich da irgendwelche Leute aus einem gewissen sehr aggressiven Clan und machen ständig alles kaputt. Oh, wie kann ich da leben? Hier geht es runter. Oh, das machen wir noch nicht. Wir gucken erst noch mal hier oben an, ob wir hier noch alles finden. Ob wir hier noch alles so an Zeug finden können. Ist halt auch eine interessante Gegend für einen Toreador hier gerade. Ich würde, wenn ich Spielleiter wäre, ihr in diese Situation auf jeden Fall Nachteil reindrücken. Du bist derjenst, der hinter diesen Collagen. Einige von ihnen. Ja, du bist die Frau von der Kam, richtig? Amen. Ich habe ein paar Leute gesprochen, über dich. Du hast nicht viele Fans hierherst. Ich representiere alles, was sie despiert. Es ist natürlich für sie nicht zu glauben. Ich habe sie nicht zu schuld. Du solltest dich aufhören. Nicht jeder ist so entschuldigend wie du bist. Oh, weil du bist? Ich habe nichts gegen dich. Wir alle versuchen nur zu überleben, richtig? Selbst wenn ich lieber deinen Prinz aufhören, in der Bühne, in der Bühne, in der Bühne. Es gibt viele von euch, die fühlen sich so. Und nicht nur hier. Entschuldige mir ehrlich. Du bist hier, weil du in sie glaubst? Oder weil du bist zu kommen? So einfach ist es halt nicht, ne? Also klar, sie wäre gerne nicht hier hingegangen. Aber gezwungen hat man sie auch nicht. Das ist falsch. Das ist genau falsch. Also in Politik geht es nicht um Schwarz und Weiß. Genau gerade nicht. Aber klar. Wäre schön, wenn es so wäre. Also dann wäre es einfach. Aber ist halt nicht einfach. Entschuldigung, ich will nicht wirklich sprechen. Besonders nicht mit dem Kampen. Sind Sie sicher, dass Sie alles gut sind? Nein, ich will nicht darüber sprechen. Es ist persönlich. 58% Erfolgschance. Ich bin wiederholen. Ich bin wiederholen. Und ich kann dir auch helfen. Ich bin ein guter听. Ich kann dir auch helfen. Ich... Es ist nur... Die SI. Ich habe eine Familie. Verstehst du? Meine Kinder? Oh. Wie alt sind sie? 8 und 12. Ich will sie nicht verlieren. Puh. Beschwichtigen wir mal. Ja. Ja. Das ist auch ein großes Manko der Camarilla, dass sie halt in diesem Punkt mit den Dünnblütern sehr sehr strikt vorgeht. Sich da einige Chancen beraubt. Also gerade in der V5 sind die Dünnblüter einfach auch mega mächtig. Also finde ich zumindest. Was halt auch wieder rückblickend halt auch interessant ist. Weil die Camarilla die Dünnblüter her fürchtet. Und ähm... Meiner Meinung nach zu Recht. Wenn die sich organisiert kriegen, dann hat die Cam ein richtiges Problem. Ja. 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 Ah. Pizza! ... und schrinkt über die Kind Flush. Ich habe meine Share-Pie-Rollers. Hey, was du schauen? Hm. Ich habe nur einen Mann. Er ist nicht alleine. Er hat uns. Und dann gibt es Ceres. Sie leben hier? Das ist eine Art Art. Thane shares das Domain mit ihnen. Das ist für ihn. Logisch ist es eher so. Er hält seine Freunde close. Does Thane treat seine Retainers gut? Um, ... Komm schon. Es ist nur zwischen dir und ich. Es ist nur, dass ... ... wir nicht viel zu sprechen mit ihm. Niemals eigentlich. Er hat uns meistens ignoriert. Du hast niemals mit ihm gesprochen? Nein. Wir bekommen unsere Ordnung von Ceres. Thane. Wir können nicht irgendwo neben ihm sein. Ich werde dir das Spiel. Nachdem. ... 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 Ja, ja, ist schon gut, ihr könnt mich nicht leiden. Ja, ja. Hier gibt es ohne Ende Leute, also, obwohl der Prinz recht hatte, ist, dass das hier eine gute Armee abgibt, ne? Ja, 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 ja. Hm, Abwerbungsversuch. Wollen wir wirklich im Chord sein? Ich meine, von Toreador, wenn wir das jetzt hier sehen, wenn das hier unser Zuhause wäre, no way. Wir haben sie bis jetzt halt auch sehr Prinzen loyal gespielt. Und, äh, deswegen sag ich einfach mal, ja. Ist sie? Erinnert mich irgendwie an den DSA-Charakter Archer Megalon und seiner Forschung über Angst. Erinnert mich, von den Bikes. Die Leute sind ein bisschen schief, gerade jetzt. Ich hörte, dass du ein bisschen plan hast, um uns aus diesem Schiff. Ja, so etwas wie das. Saul ist ein paar große Risiken für dich. Wenn es nicht funktioniert... Es wird funktioniert. Wir sehen uns über das. Ja. Ein paar Stunde oder zwei. Bis dann, bleiben Sie cool. Saris und unsere Bunche sind heute auf dem Weg. Ich habe keine Probleme. Entschuldigung? Ja. Ah, still in one piece. I'm impressed. Your friends might hate me, but they're afraid of Hazel. They wouldn't dare touch a hair on my head. It's not just Hazel. Everyone knows the Black Rattler's Rose. So, what do you think? Must be a hell of a change from all those tight asses at court, huh? Honestly, I have no idea. I thought I knew you, but it turns out I've just been scratching the surface. Welcome to the jungle, sis. You know, your message earlier. At the time, I really thought you wanted to take the plunge while you were going to join us. Got your hopes up? I'm a little disappointed. I think you have your place here. You should think about it. Not tonight. I know. But if you have any questions, let me know. Ist interessant, der Schachzug, den das Spiel jetzt hier irgendwie vorgibt, also die Story, weil die sehr sympathisch ist und uns halt irgendwie ein offenes, also genau das macht, was der Prinz halt nicht mit uns gemacht hat. Irgendwie auf eine warme Art und Weise eine Einladung auszusprechen und nach allem, was wir halt bis jetzt herausgefunden haben über den Prinzen gibt's da und über die anderen und auch über unsere Erschafferin, ist, dass da sehr viel Ungutes läuft. Und das Spiel macht jetzt, dass wir uns ein bisschen mehr Zuneigung zu den Anarchen hier entwickeln. Also zumindest kommt es mir gerade so vor. Also auf jeden Fall auch auf sie. Und da wir die Anarchen ja verfüttern sollen an die zweite Inquisition und die wahrscheinlich halt hier auch in der ersten Reihe stehen. Oh ja. Das wird eine harte Gewissensentscheidung. Hm. Aber ich muss noch mehr über sie wissen, bevor ich gehen. Was willst du wissen? Was ist sie? Sie werden eine wirkliche Arbeit machen. Ich habe nie jemanden als Stubborn als sie. Sie ist loyal. Ich sage das für sie. Was ist sie mit dem Kamp? Hm. Non-existent. Wie die resten uns. Sie werden nicht sagen, dass sie die Willkommen auszulassen. Ich habe mich gewonnen. Sie scheint sehr wichtig zu sein. Sie ist Randall's right-hand. Sie hat die Sicherheit in seinem Domain. Sie und ihre Leute sind nur diejenigen, die zu bunten hier. Wo gehst du nach Hause? Oder vergessen? Dorchester. Each gang hat seine eigene Hütte. Wir sind nicht oft zusammen. Wie kann ich sie mit mir verletzen? Wissen Sie, du musst mit den Kold-Hard-Fakten halten. Sie ist eine Praktikale Person, ein Typ von Raffa. Du kannst mich nicht mehr machen. Du wirst mich verletzen. Ich habe alles, was ich brauche. Danke. Ich muss mehr wissen, Raffa. Kannst du mir helfen? Nicht wirklich. Sorry, er hat einen hohen Profil. Du musst wissen etwas. Nichts, was du schon nicht wissen. Er ist ein Hacker. Er ist der Head des Hacker-Hackers. Das ist es. Das ist nichts. Ich habe dich verletzt. Sein Henchmann wird dir sagen, dass du mehr als ich. Ich lasse. Ich bin auf dich, Louis. Isabel ist offenbar auf der Suche nach dir. Treffkommt an, ist die Tankstelle in Nippon Sand. Ok. Treffen heute Abend an der Ecke. Tane will uns sehen. Treffen am Ground. Hast du schon das neue Album von Grinstorm gehört? Hast du immer noch deinen DB-Kontakt? Nächstes Kontakt. Nächstes Tattoo gefunden. Das ist schon das dritte Mal in zwei Monaten, Schenker. Dann wird es mal geben. Ok. Weiß noch nicht, was ich mit diesen Informationen anstellen soll. Ich hoffe, Randall will understand. Wenn es nicht Mothersouls' kleine Lieblingsfavorite... Ah, was war dein Name wieder? M.M. Das ist richtig, die Frau mit den Klubs. Jeder hat ihre Augen auf dich heute Abend. Better watch your step. Hahaha. Hahaha. Ja. Thanks for the advice. Da merkt man auch, dass das Spiel halt nicht so ein riesen Budget hatte, weil sie halt auch durch diese... auch die... die Ghule mit den Masken und so und hier halt die... die Tücher um den Kopf haben sich sehr viel... ...Race... äh... ...Modellierung gespart. Lass mich alleine. Ich muss denken. Was jetzt auch nicht verwerflich ist, ne? Ja. Ja. Ich muss rauskommen. Ich brauche Hilfe, wenn ich auf Long Island überleben will. Ich brauche Hilfe, wenn ich auf Long Island überleben will. Ja. 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 Jep, aber was? Das ist das Problem. Quatschen wir noch mal eine Runde mit denen hier. Rafa? 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 Are you Rafa? What do you want with him? I need to see him. Why? SI? Ring a bell? Tell me where I can find him. You're gonna have to wait. Rafa's out of town. Oha. Da haben wir bis jetzt andere Informationen. Soon. What do you mean out of town? Where is he? Um, not here. Great. Who's in charge here then? Does he have a second in command? Yeah. Me. But I have nothing to say to you. Let me at least explain. Aha. I don't want to hear it. I have my orders. I'm sticking to them. But the court... Not my problem. Fantastic. Thanks. Was there... Anything else? Or are we done here? Rafa. What can you tell me about him? Obwohl die Prozentchance bei ihm echt niedrig war. There is nothing you need to know. A little paranoid, are we? You can trust me. I don't have any ulterior motive. You work for Iverson. I work for myself. I'm just curious. That's all. Alright. I'll answer one question. What do you want to know? Dane told you about the Second Inquisition, right? Is that why you're here? Yes. So you know that the situation is serious. Yeah. But I don't see what that has to do with... And Rafa, for some reason, isn't here. That's a little curious, isn't it? Uh... No. He's got the right to do whatever he wants. In the middle of a crisis? That's pretty negligent of him. Mind your own business. I answered your question. Now fuck off. Hmm. I'm busy. I'm busy. There are actually jump points. I'm busy. Mm-hmm. Gladys. The girl was right. You can't miss her. A bouquet of eyeballs. Alert and vigilant. For a bunch of folks who spend their time spying on the web, it makes sense. We are Legion. Mhm. So, I find it also a bit anstrengend, these effects all the time here to have. Well, well, you don't need them all the time, but... Man hat doch immer irgendwie das Gefühl, irgendwas zu verpassen, ne? Wenn man's nicht anhat. Okay. Da drüben waren wir. Bei denen waren wir. Hier waren wir noch nicht drin. Wo was wir hier noch nie haben. Hier in der Ecke schon mal nix. Okay. Okay. Hier könnten wir unser Blutvorrat wieder aufstocken. Aber ich meine, gut, sie hat Ratten gefressen in der letzten Mission irgendwie. Das ist so. Oh Schande. Oha. Zweite Inquisitionsdinger? Uhu. Interesting. An alle, wir werden ein paar Nächte damit aufhören, Sterbliche zu sammeln, bis sich die Lage beruhigt hat. Wir werden uns weiter Saftbeutel holen, aber besser verteilt, nicht mehr als ein jede zweite Woche und wir werden häufig das Fahrzeug wechseln. Ratten erkennt jemanden bei einer Werkstatt, der uns ein paar Autos leihen kann. Keine Lieferwagen mehr. Die sind so auffällig. Bleibt achtsam. Warum haben die hier, also haben die die von denen geklaut? Auf jeden Fall haben sie jetzt hier auch Container von, mit dem, mit dem Zeug von dem, von dem Doktor. Und von dem wissen wir ja, dass der mit der zweiten Inquisition zusammenarbeitet. Sicheres Gebiet. Sicheres Gebiet. Wanderlust. 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 Es ist fertig. Wanderlust. Was für den Kontakt? Die Frau, die Frau war nervös, aber es funktioniert. Sie sagte, sie würde dich in Kontakt. Wanderlust. Woman. So were we good for the blood? I mean, my cooks. It's starting to become urgent. Of course. Come here. Thanks. I think we meet a good season. If you say so. Hm. Ja? Shit. Who is this guy? Ah, hier sind wir wieder mit dem... bei dem Teil. Unten gehen macht man noch nicht. Irgendwie das Gefühl hier ist noch irgendwo was. War da nicht eben noch eine Tür drin? Ärger mich übrigens immer noch, dass wir im letzten Szenario da so eine fette Tür übersehen haben. Das war irgendwie nicht so geil. So. Die Tür haben wir. Ne, das war ein Schrank und keine Tür. Alles klar. Und da kommen wir nicht dran. Hm. Shit. Was haben die mit der zweiten Inquisition jetzt hier zu schaffen? Das ist nur eine Frage. Das ist echt... ...interesting. Hm. Hm. Ich bin cold. Komm mit mir. Da. Ja. 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 Ich binISE. Ja. 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 okay ich merke ich werde ein bisschen müde leute wir lassen es heute dann hierbei bleiben und ich bedanke mich fürs zuschauen schau mal eben noch wo ich euch hinschicken kann was ihr auch einen schönen weiteren nahe abend habt da ist ein cooles in den vorschlägen hier ein bisschen dungeons and dragons viel spaß damit grüßt schön von mir und wir sehen uns morgen hoffentlich abends nicht aber vielleicht den tag über ist dann tschüss schade wobei aber ihr könnt ja auch mal da gucken oder da macht das mal lohnt sich bis zum nächsten mal tschüss